Die SaroPak wurde 2021 75 Jahre alt. Mit einem tollen Mitarbeiterfest haben wir dieses Jubiläum gefeiert. In diesen 75 Jahren hat sich das Unternehmen zum führenden Folienverpackung Spezialisten entwickelt und das natürlich nur dank den Kunden, unseren Mitarbeitenden und unseren Partnern. SaroPak ist ein familiengeführtes Unternehmen aus der Schweiz mit der Zentrale in Rorschach am Bodensee und mit Niederlassungen in Deutschland und Österreich. Bei SaroPak erhalten Sie Folienverpackungslösungen aus einer Hand und in einer Verantwortung. Als Vertreter der vierten Generation der Unternehmerfamilie stehe ich für Kontinuität und Zuverlässigkeit. Wir wollen einen signifikanten Beitrag zu einer Wirtschaft leisten, wie mit ressourcenschonenden und umweltbewussten Verpackungen arbeitet. Mit dem SaroGreen-Konzept helfen wir den Kunden nachhaltige und optimale Folienverpackungslösungen zu erarbeiten. Wir bringen Produkte aus recycelten Materialien. Wir schauen, dass unsere Produkte grundsätzlich recycelbar sind. Wir reduzieren die Dicke, um die Ressourcen zu schonen. Und wir helfen den Kunden klimaneutrale Verpackungslösungen umzusetzen. Durch persönliche Beratung erarbeiten wir für unsere Kunden optimale und nachhaltige Folienverpackungslösungen. Der hohe Kundennutzen liegt in der Verbindung der richtigen Maschine, dem geeigneten Folienmaterial, der Beratung und dem Service. Dabei fließt die Verantwortung für die Nachhaltigkeit in alle Bereiche mit ein. Mit unserer Serviceorganisation lösen wir mögliche technische Probleme rasch und unkompliziert. Unser Konzept basiert auf regionaler Präsenz der Servicetechniker. So sind wir nahe und schnell bei unseren Kunden. Ersatzteile liefern wir innerhalb kürzester Zeit aus unseren lokalen Ersatzteillagern. Durch eine schnelle Reaktion und durch attraktive Wartungsangebote stellen wir den störungsfreien Betrieb der Folienverpackungsmaschinen bei unseren Kunden sicher. Logistik und schnelle Lieferungen sind Kernkompetenzen unserer Organisation. Mit lokalen Logistikzentren in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich bedienen wir unsere Kunden innerhalb von 24 Stunden. Gemeinsam wollen wir Ihre Ziele erreichen. Sprechen Sie mit uns.